Vor allen Dingen sollten die Konservativen auch mal aufhören, die Rechtsradikalen ja zum Teil in manchen Ländern zu normalisieren. Also das ist aus meiner Sicht das Schlimmste. Und ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe treten, aber nach meiner Kenntnis war Viktor Orban mehrfach, zum Beispiel in Wildbad Kreuz, nicht nur ein einziges Mal. Der ist ständig eingeladen als Ehrengast. Aber ich will wirklich sagen, wenn das so weitergeht, und ja, Sie werden es ja selber ansprechen, wenn das jetzt auch in Deutschland passiert, dann wird das normalisiert und damit nimmt man denen auch dieses Gefängliche.